Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ein, zwei, drei, vier, listen long through some Du bist das Mädchen mit dem Opa, der Alzheimer hat. Wer hat Alzheimer? Alle die Bücher hier sind das Gehirn von deinem Opa. Und da fällt jetzt, bedingt durch die Krankheit, immer wieder mal ein Buch um. Wo hast du die her? Na jedenfalls nicht aus dem Mediamarkt. In dem Moment hat dein Opa vergessen, was in dem Buch steht. Margarete war großherzig und so voller Wärme. Und ich rede ja nicht nur über ihren großen Busen. Ich weiß, ihr kennt ihn alle. Dabei konnte ich ihn eigentlich nicht mehr riechen. Oma! Auch wenn er Sachen sagt oder macht, die keinen Sinn machen, dann musst du ihm doch das Gefühl geben, dass du ihn verstehst. Ich muss Pippi. Gut. Opa, ich muss auf die Toilette. Und du musst ihm Aufgaben geben. Jetzt das Gas. Das ist ganz wichtig für ihn, damit er sich gebraucht fühlt. Ich war wohl der Rückwärtsgang. Kein Scheiß, Opa. Warum haben eigentlich alle Italiener einen Oberlippenbart? Weil sie aussehen wollen wie ihre Mutter. Ja, ich muss auf die Toilette sein. Äh, Alois. Alois Alzheimer. Thomas. Thomas Müller. Drei Tore gegen Portugal. Eines Tages werde ich mich erinnern. An alles, was geschehen ist. Das Gute, das Böse.